Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Twitch Giveaway. Dank unserem absoluten Ehrenmanns-Niesel gibt es ein Classic-Life-Blue-Stil im nächsten Twitch Giveaway. Wie man daran teilnimmt, erkläre ich euch jetzt hier. Ihr müsst zuhören, damit ihr das wirklich versteht. Dankeschön. Wie eben schon gesagt, ist dieses Giveaway auf Twitch am Start, nicht hier. Ich verweise nur von hier auf Twitch, dass hier alle Bescheid wissen, die halt nicht so oft in Twitch sind. Die täglichen Giveaways, also die, die in jedem Livestream stattfinden, laufen ganz normal, so wie immer. Und dieses Knife kommt noch mit dazu als etwas länger laufendes Giveaway, für das man dann unsere Stream-Währung, die Bubble-Dollar, einfach sammeln kann. Die bekommt ihr ganz kostenlos. Ihr müsst kein Abonnent sein, ihr müsst nicht spenden oder sonst irgendwas. Ihr müsst nur den Stream anmachen. Dann bekommt ihr automatisch die Bubble-Dollar. Mit Ausrufezeichen Cash könnt ihr nachschauen, wie viel ihr schon habt. Ihr braucht 2345, um einmal für dieses Knife reinzuentern. Macht euch keine Gedanken um das Sammeln. Wenn ihr die Streams anmacht, sammelt ihr, wie gesagt, von ganz alleine. Und da noch drei Wochen Zeit sind, habt ihr mehr als genug Zeit, um mindestens einmal hier in dieses Giveaway reinentern zu können. Bei diesen großen Giveaways kann man sogar mehrmals seinen Namen in die Urne hineinschmeißen, aus der dann der Gewinner gezogen wird. Und zwar insgesamt 20 Mal. Mit Ausrufezeichen Enter, Leerzeichen 1 geht ihr einmal da rein. Und das kostet 2345 Bubble-Dollar. Wenn ihr wieder genug gesammelt habt, dann könnt ihr den gleichen Befehl nochmal eingeben. Also Ausrufezeichen Enter, Leerzeichen 1. Dann seid ihr schon zweimal drin. Das deckt sich. Und es ist auch egal, wann ihr das eingebt. In den kommenden drei Wochen wird das Giveaway immer offen sein. Also ihr sammelt einfach immer. Und könnt auch immer wieder reinentern, um eure Chance zu erhöhen. Denn wenn euer Name 20 Mal in der Urne steht und der Bot reingreift und sich einen Namen nimmt, ist natürlich die Chance höher, dass du gewinnst, wenn du 20 Mal drin bist. Aber natürlich kann man trotzdem auch gewinnen. Ist auch schon vorgekommen. Wenn man nur ein einziges Mal drin ist. Also ab einem Mal habt ihr bereits eine Chance zu gewinnen. 20 Mal ist natürlich eine schickere Chance. Oder halt 8 Mal. Also ihr könnt jede Zahl da drin wählen. 20 ist halt Maximum. Dieses Giveaway ist ab heute Abend offen. Also man kann, sobald man genug Bubble-Dollar hat, 2345 braucht man, einfach beitreten. Und das ab jetzt in jedem Stream der kommenden drei Wochen. Wir streamen dreimal die Woche. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Heute ist Dienstag, um 18 Uhr geht's los. Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Dienstags und Donnerstag streamen wir so vier Stunden. Und freitags, sechs oder sieben, danach, Samstag kommt, machen wir meistens einfach einen offenen Stream. Also haben kein festes Ende. Am einfachsten sammelt man die Bubble-Dollar, wenn man den Stream anhat. Also einfach auf dem Handy anmachen und fertig ist es. Der muss einfach nur laufen, schon sammelt man die Dollar. Wenn man mehr Bubble-Dollar haben möchte, dann kann man aktiv im Chat schreiben. Dann bekommt man einen Aktivitätsbonus oben drauf. Wenn man Abonnent wäre, also falls ihr euch ein Abonnement kauft oder eins geschenkt bekommt, was bei uns sehr oft vorkommt. Bei uns wurden insgesamt schon zwei oder dreitausend Abos verschenkt. Also über die Zeit. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass man einfach eins geschenkt bekommt. Dann bekommt man doppelt so viele Bubble-Dollar als Abonnent. Und ihr könnt auch im Stream auf unsere Spiele wetten. Also ob wir gewinnen oder verlieren und damit halt gewinnen oder verlieren. Ihr könnt eine Bank ausrauben. Ihr könnt euch gegenseitig bekämpfen für diese Bubble-Dollar. Also es gibt sehr viele Wege, um diese Bubble-Dollar eben einzusammeln. Der einfachste ist, wie gesagt, einfach die Streams anhaben. Die Leute, die immer da sind, die haben natürlich ganz schnell alles zusammen. Und in drei Wochen wird dann genau am Ende des Streams, also am 4.8., der Bot zugemacht. Dann kann man nicht mehr reinentern. Dann ist zu. Dann wird der Gewinner ausgerollt und von mir angeschrieben auf Twitch per Privatnachricht. Dann steht halt auch was drin wie, hey, du bist übrigens der Knife-Gewinner. Schreib mir bitte deinen Trade-Link, bla bla bla. So. Und dann bekommt derjenige seinen Knife zugeschickt. Das ist, wie gesagt, dieses Blue-Stil, das ihr die ganze Zeit seht. Ist ein schickes Teil. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Monsieur Sneasel, dass du das einfach ausgehauen hast. Die Giveaways leben von euch und von meinem Partner Skin Baron. Also da kommen die ganzen Sachen her. Alles, was ihr hier seht, ist geschenkt. Ich habe gerade vor kurzem von Saiko diese wunderbaren Handschuhe geschenkt bekommen. Was mich extrem gefreut hat. Siehen echt edel aus. Und ja. Ja, und jetzt sollte ich eigentlich alles erklärt haben. Nochmal die Kurzfassung. In die Streams kommen und in den Streams bleiben. Und Ausrufezeichen Enter Leerzeichen 1, um einmal reinzuentern. Man kann aber auch direkt Ausrufezeichen Enter Leerzeichen 5, dann ist man direkt 5 Mal drin. Also 1 bis 20. Und man kann nur maximal 20 Mal reinentern. Also es ist nicht schwer. Es ist auch im Stream nochmal erklärt, wenn man Ausrufezeichen Giveaway eingibt. Der Link steht in der Videobeschreibung und auch im angepinnten Kommentar. Und jetzt werde ich mich ready machen, denn der Stream startet gleich für mich. Dann sehen wir uns. Bis gleich. Later. I hate it.